Der weltweite Klimawandel fordert von uns eine intelligente Energieerzeugung und Nutzung. Befragt sind neue Technologien, die die Energieeffizienz nachhaltig steigern. Das Stromnetz der Zukunft heißt Smart Grid. Das intelligente Energienetz transportiert nicht nur Strom, sondern auch Daten bidirektional zwischen Erzeuger und Verbraucher. GWF unterstützt die nachhaltige Energienutzung. Wir bieten zukunftsweisende Smart Metering Systemlösungen, die auf hochpräzisen Messgeräten und der patentierten GWF-Coder-Technologie basieren. Ob Mobile Drive-By-Auslesung per Funk oder Fixnet-Kommunikation per Ethernet über Glasfaser oder Powerline. Die Datenkommunikation kann jederzeit flexibel und bedürfnisgerecht nachgerüstet werden. GWF-Systeme sind modular und migrationsfähig. Unsere höchst präzisen Messgeräte verbinden wir mit der von uns entwickelten und weltweit eingesetzten GWF-Coder-Technologie sowie modernster und zuverlässiger ICT. So entstehen intelligente Smart Metering Systemlösungen, die zur nachhaltigen Energienutzung beitragen. GWF bietet flexible und effiziente Systemunterstützung für Smart Metering. Von der maßgeschneiderten Beratung über die Implementierung des Datenmesssystems bis zum umfangreichen Support und Schulungen. Wir sind ein innovatives Schweizer Familienunternehmen mit über 100-jähriger Erfolgsgeschichte. Vom bewährten Messgerätehersteller haben wir uns zum kompetenten Partner für Messsysteme und Zähler-Datenmanagement mit rund 130 Mitarbeitenden gewandelt. Gerne unterstützen wir auch Sie mit unserem umfassenden Know-how. GWF – Swiss – Smart – Simple WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR